so da sind wir wieder bei der division 2 ja wir haben schon damals die beta angezockt und ja hat mir sehr gefallen und ja schauen wir mal wie die vorvision ist erstmal die grundeinstellungen machen größer schrift ja deutsch deutsch passt untertitel vollständige titelgröße klein machen wir die größe mittel sagen wir sprache deutsch passt hd r aus brauchen wir nicht unbedingt mischung fast los geht's 23 23 26 36 37 100 ok jetzt können wir unseren charakter erstellen da ist wieder die coole musik ist mir richtig abgegangen schon körpertypen wechseln was ist das so das ist ein weiblicher charakter ziemlich breite hüften für das mädel ein bisschen eigenartig aus kopf drehen nach links drehen ok zeig uns deine frazze das war ganz zuviel jacuzza jacuzza naja mal schauen wir mal wieder in der weiblichen charaktere oh gott sehen auch so furchtbar aus eigentlich charaktere naja egal machen wir mal das so hier ist das machen wir mal das weg auswählen face zurück viele brauchen wir auch zwei licht so zurück jetzt haben wir wieder einen weiblichen charaktere äh aussehen markov 3 geht eigentlich warum ist jetzt wieder also mal achten körpertypen wechseln ok so machen wir einen killer dämpfer dörfköpfe dörfköpfe ja mal to ausbauen ok es ist halt ist also komisch tüge Oh, genau. Und dann ja. Wir haben uns in der Mitte. Ausbild. Trenn. Details. So. Augenbrauen. Auf die Seite. Aha, aha. So. Abstand Das kann man lassen, Nasenbreite Schau mal da rüber, Baby So Ich kann den nicht so Dreh dir mal so her, ja. Ich seh das nicht. Kindlinien. So. So. Oder? Ja. So, Ohrenabstand. Brauchen wir keinen Abstand. Stellen die Ohren, brauchen wir nicht. Das ist mit der... Dumbo, hält der Klapp. So. Ohrengröße. Einmal kleine Ohren, große Ohren, Dumbo. Was? Was? So. Zurück. Jetzt haben wir da. Hautfarbe. Geben wir ins Kasi. Ohrengröße. Ohrengröße. Ja, so würd ich sagen. Hier rast ein Toch. Hallo. Was ist los? Tja. Das mag er nicht, ne? Wählen. Tja. Kann man das nicht... Ah, jetzt funktioniert's noch. Zurück. So. Augenfarbe. Wieder reinzoomen ein bisschen. Ich bin ein Bier oder ein Bier. Mach ich täglich Bier. So. Da schaut irgendwie so aus Cyborg mäßig aus. Bin mal ausgewählt zur Zeit. Was ist denn da noch? Ah, okay. Na. Na. Zu viel Brauntöne, irgendwie. So. Guck guck. Da hat ein Kupferstich drin, ne? So. Eisblau. Nehmen die da. Oder? Na, die. So. Auswählen. Trissure. So. Auch lange Haare. Sehr gut. Jetzt können die Dings mit... ... oder so. Herdeschwanz. Ehh. Ehh. Ich bin's. Mr. Sexy. Ah. Geh. So. So. Ah, Farbe. Kann man einstellen. Sehr gut. Ja. 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 So. Ne. Das ist zu hell, oder? Das ist bläulich. Miraclex. So. Also diese Farbe. Passt irgendwie anders so richtig, oder? Warte. Hm. Naja. Das ist einmal der langweilige Teil, ne? Im Spiel, aber... Boah. Mir gefällt das schon so, ne? Da. Bestätigt. Zack. Bärtchen. Das ist ja... Na. Das ist ja nett. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Eine Rotzbremse. Ne. Ne. So. Was hab ich zur Zeit? Ich hab sowas zur Zeit. So. Hm. Ja. Ja. Auswählen. Zurück. Jetzt können wir da besondere Merkmale noch machen. Na. Weiß nicht. Brauchen wir Na. Na. Da. Dreck im Gesicht. Okay. Das ist ja wie von, 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 von Zings, ne? Final Fantasy. Die Na. Ich würd sagen... Mir lassen das einmal. Zurück. Was hat er da? Aha. Ein Tarnmuster. Immer wieder Österreich. Pam,pam,pam. Dida, 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 dida. So. Und ein bisschen Dreck im Gesicht. Das ist ja von, von Dings, ne? Äh... ...Mad Max, ne? Vom Film. Ich hab ihn doch. Da hat wieder Dreck im Gesicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Zurück. Danke. Was haben wir da? Tattoos. Alles Tattoo. Wo ist das? Da ist es. Ist das so zerrt? Die Schrift passt nur im genutzt. Wie sehe ich das? Seht das nicht so richtig. Kann man das nicht irgendwie weg? Wegen die Pelle. Sagen wir mal. Da ist eine Drache. Da. Na ja. Brauchen wir die Zuführung? Nein. So. So. Bisschen so drehen, ja. Ja, das ist. Auch sehr bescheiden. Ja. Das wäre was von. Na? Markus. Schmetterling. Da bist du ja drin. Aha. Ja, das ist aber andere Seite jetzt drin. Das taugt mir nicht so. Sehe ich nicht. So. Mhm. Dreh die. Ach ja. Was man da nicht richtig selber drehen kann, das ist eben blöd, ne? Hallo. Komm. Hm. Das ist ja nicht so. Das war ja, ne? Hm. Dann schauen wir mal. Zurück. Ja. Wie wir sehen, sehen wir gar nix, ne? So. Beinchen Tattoo, so, sieht man auch nicht viel aus, was ist das, hallo, hm, na, irgendwann, irgendwann, Käppi, schau mal, ja, Junge, ja, das sieht so aus, ne, eine Hauwattel aussetzen, auf einmal schon die Haare weg, ne, das ist, na, lass mal das so, dann, ne Brille, ja, genau, Kleidung, da haben wir auch noch schon was, ja, das ist echt blöd, ne, dass der letzte nicht richtig dreht, so wie gewohnt, denkt, da haben wir das mal hin, so, na, na, so, da war ein Bad Eis, ne, schon wie grimmig das rein schaut, Schuhe, haben wir da schon eine Flip Flop vielleicht, Tonschuhe brauche ich keine, so, oder eine Boots, hm, Zeichen, und da haben wir nur das, ja, haben wir sonst noch was ändern, hm, ne, ich glaube, jetzt haben wir es, ne, okay, möchten Sie mit diesem Charakter fortfahren, ja, los geht's, lokaler Kanal, umgeschaltet, dankeschön für die Information, hier drüben, Agents, ja, ich bin am Tor, Prioritätsmission hervorgehoben, zur Markierung vorrücken, oh je, können wir schon laufen, laufen geht noch nicht, Agents, mir nah, ich brauche Schreckung, so, springen Sie drüber, so, so, was kommt denn, so, ne Granate, fuck, da kommt noch mehr, ich werde uns heiß, also, das ist Unterkirchen gewesen, okay, lenkt ihn von mir ab, auch, noch abstehen, Junge, so, 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 Bewege und bleiben Sie nicht zu lange am selben Ort. Richtig. Ja, ich hoffe eigentlich. Ich habe ein Problem. Sehe ich auch. So. 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 sind entkommen so schnell hätte ich nicht mit einem neuen angriff gerechnet alles gut wenn das so weitergeht werden wir umziehen müssen kommen sie helfen sie mir dabei okay wir sind zu wenige um hier alle zu beschützen nicht schon wieder das kann nicht wahr sein was ist los mit was ist da los automatisches angehen einsatzbereit das ist ein notfallcode mit koordinaten für washington dc wie ist das möglich jemand muss hier bleiben wir können die leute nicht allein lassen was auch passiert ist jemand muss sich drum kümmern sonst ist alles vorbei sie gehen ich tue hier was ich kann gehen sie wir hielten vieles für selbstverständlich den heißen kaffee am morgen kostenloses wlan an jeder ecke als uns das genommen wurde haben wir überlebt als die kommunikation zusammenbrach züge stehen blieben und das internet offline ging haben wir überlebt doch als die apotheken geplündert wurden die krankenhäuser dicht machten wurde selbst erst mal tödlich und als die polizei uns nicht mehr schützen konnte hattest du da eine waffe oder dein nachbar einige überlebten wir sind eine zähe spezies als unsere gesellschaft zusammenbrach fanden wir wege weiter zu machen und nun zum ersten mal seit jahrhunderten ist das was wir wollen wirklich das was wir brauchen im angesicht der katastrophe haben wir uns gegenseitig geholfen wir errichteten neue gemeinschaften auf den ruinen der alten wir passten uns an wir haben überlebt wir haben ein neues normal geschaffen doch es gibt auch die die nichts aufbauen nichts erschaffen wie jenen die von den schwachen zehren sie ließen unsere welt bluten aber wir sind nicht allein der ausbruch ist nun schon sieben monate her wir fürchten uns weiter vor dem virus dem grünen gift doch die echte gefahr lauert da draußen und wartet und wartet nicht Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Lade nach. Los geht's. Eingehender Alarm auf dem Shade Notfallkanal. Höchste Priorität. Die Operationsbasis wird angegriffen. Feinde sind von Süden her in den Sektor eingedrungen. Wir brauchen sofortige Unterstützung. Wiederhole, sofortige Unterstützung von allen Agents in der Nähe. Okay. Ich bin schon unterwegs. Hier schaut der Bambi. Oh, hoppala. So. Mit herumlummen. So. Warte, da liegt was. Die Krankenhäuser sind an der Grenze ihrer Kapazität. Alle sollen zu Hause bleiben, wenn es kein absoluter Notfall ist. Das Weiße Haus hat angekündigt, dass Präsident Waller sich heute um 6 Uhr Eastern Standard Time an die Nation richtet. Na dann, Mr. Snuffles. Meinst du, du kommst ohne mich zurecht? Das ist bestimmt auch mal gut für dich, du fettes Fäcknäuel, du. Dicke Mietze. Ich bin ein bisschen wieder auf Expedition. Und schau, wenn wir schon ein bisschen Loot finden. So, sind wir da? Da ist nichts. Da ist was. Nein. Doch, nein. Äh, rein. So. Ziel ist da drüben. Spielt ihr Musik? Hm. Sag mal. Wau, wau, wau. Klan haben wir noch nichts. Okay. Einstellungen. Sound. Da wird ein bisschen leiser drehen eigentlich. Audio. Wann rennt sich alles? Mischung, Heimkino. So, Stufe 1 einmal. Okay. Los geht's. Hm, hat gerade was? Ah, nichts. Okay. Zeit tut ein bisschen zum Stirben. So. What's? Maske. Und legen. Das sind Geschenke. Ähm. Kommt einer drauf? Warte mal was. Ründer drauf. Ah, ich steh drauf. Ich steh drauf. Zum Ründern immer. So. Oh je. Hört schon kritisch aus. Hoppala. Wie gefällt's? Du. Was? 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 Du nuschelst. Was? Oh, das ist. Begge. Das ist okay. Okay. Da gibt es ja nichts. Weihnachtsbaum. Oh na na, sind welche? Okay, wir sind da nach vorn. Na? Komm mit nach hinten, da kannst du was finden. Da sind wir verkackt, ne? Hoppala. Ach der Scheiße. Das ist ein Tierraum. Du bist im Arsch, Kollege. Ein Division Agent bewegt sich nach Norden, Richtung Weißes Haus. Er scheint eine Gruppe Hayales dezimiert zu haben und ist jetzt unterwegs. Agent, falls Sie uns hören, rücken Sie weiter vor und überrumpeln Sie diese Mistkerle. Warte mal, ich muss loten. Ach der Scheiße. Oh ja. Eieieieie. Wie, der noch da lange, der noch da 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 da. Da geht vorne jetzt rund. Verdammt. Wir sind da lang. Ich glaube es ist eine gute Idee, wenn wir da aufsteigen ein bisschen. So. Parag. Haben wir eine Granate. Sehr gut. Ich muss drücken, der Arschgang. Das war's, wasser, hat er? schade Ach, der Scheiß. Eieieiei, der ist sehr gesund. Ja. Jetzt kommt der Schlage bitte zumflecken, muss ich es gesucht haben. Ich gebe es erst mal einen Bauen. Erst dann. Die versichten dann doch, bitte. Tuck tuck, dich Eila! Eila, Eila, ich bin wieder dran. Puhhhh. Mist da. Bist du wie so ein Sack, da? Das muss ja weitergehen, aber keine Munition mehr, oder? Okay. 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 Und da mit dir, haben wir's geschafft, ne? Liegt dir irgendwas? Ja, I'm the Agent. Willkommen Jungs. Ja, und somit haben wir, ne, unsere Charaktereinstellung gemacht. Erste Mission. Gut, dass Sie rechtzeitig gekommen sind. Ja. Na gut. Ich glaub, das ist mal ein nächstes Tutorial. Wir müssen mal das Reiter spielen, ne? Hier drüben, hören Sie? Ja. Danke für Ihre Hilfe. Sie sollten bei Manny vorbeischauen, unserem Koordinator. Ja. Oben im blauen Raum. Und kommen Sie wieder, wenn Sie mal technische Hilfe brauchen. Ah, ja. Helfen nicht. Da muss doch was drinnen. Wager. War ja was, ne? Lieferung. Gewehr. Auswählen. Auswählen. Einen. Und da, einen? ich hab gedacht wir kriegen was ja ah Quatsch Melon Steuer Doppelmonitor Untertitelgröße Schrift So Egal das machen wir im nächsten Mal Offscreen So Seufzt Das kann nicht sein Doch ich schwöre Ich schwöre So So Das Sind sie Willkommen in DC Ich bin Manny Der Funker Sind sie wegen des Division Alarms hier? Verdammt gut sie zu sehen Ich zeige ihnen wie beschissen die Lage ist Seit die JTF zusammengebrochen ist Seit die JTF zusammengebrochen ist Ist die Stadt ein Tummelplatz für mordende Schwachköpfe Es gibt mehrere große Fraktionen Und eine Menge Assgeier die fressen was die Großen übersehen haben Ein paar zivile Siedlungen konnten den Verbrechern bisher noch standhalten Aber sie brauchen mehr Hilfe als wir ihnen bieten können Vor allem seit das Division Netzwerk verstummt ist Ähm Das ist Kelso Eine der letzten Agents in DC Sie leitete eine zentrale Mission von der Theatersiedlung aus Stellen sie sich bei ihr vor Wenn wer weiß wie man die Systeme online bringt Dann sie Okie tokie Oh und gehen sie bei der Gelegenheit zu den Einheimischen Sie werden sich freuen dass Ein neuer Sheriff in der Stadt ist Yippie ye Ich meine Pocker Ach übrigens Agent Gehen sie doch mal runter zum Quartiermeister Er kann sie mit Division Tech ausstatten Sie werden den Vorteil gut gebrauchen können Division Tech Ok Sehr gut F Ein Fähigkeitspunkt Da haben wir Ok Wir nehmen Drohne Weil mit der Drohne können wir uns heilen Ah Gib her Weiter Ja Da noch Ah Gib es denn da noch Hm Ok weiter 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 F weiter F So, was haben wir da? XP. Okay. Stufenvorteile, ja, ja. Rückt sofort. Ein Punkt haben wir. Müssen wir das nehmen, ne? Waffenplatz. So, jetzt können wir die andere Sachen freischalten, ne? So, Fähigkeiten. Auswählen. Okay, dann dieses Menü. Was ich noch weiß, von der PETA. Schlipp, nein. Das war's nicht. War das noch? Ah. Mit E kann man die Dings noch auswählen. Da kann man die zweite Fähigkeit auswählen. So. Einen Waffenplatz haben wir wieder. Da haben wir noch nix. Haben wir da was. So. Was ist das? Ich seh's nicht. Hallo. Ja. Container. Äh, F öffnen. Was? Okay. Ja. Zwei. Bestätigen. So. Behälter haben wir. Ne? Hm, 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 hm. Ja, wo ist denn das? Ja, wo ist denn das? Ist da was drin? Nein. Null. 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 Fühlt sich gut an etwas sinnvolles zu machen. Oh. Emojis haben wir da. Okay. Okay. Tue. Okay. Blumenkatz. Mhm. So. Handschuhe. Ein bisschen besser. Waffenslot. Klammert die rein. So. Null. Die da. So. Kledigt. Okay. Fortschritt. Mhm. Wow. Was ist los? Neu. Läufts? Was? Stützpunkte. Siedlung. Das Theater. Müssen wir aktivieren. Got fun. Sofe 22. Ja, wow. Ja, ja. Immer diese Kakerlaken, ne? So. Die Viertel, die sie durchqueren, sind Hyänergebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und aus Sparen. Und was sie nicht stehlen können, zerstören sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlungen. Aber solange die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen sie also ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Ja, so verstanden. Ende. Polizia! Ah, da vorne geht's schon rund. Fortshot. Nehmen wir die zweite Worte. Ah, verdammt. Jetzt habe ich die Fähigkeit da. Pulfert. Wo ist der wer? Ne. Typ. Friedlich. Wenn man wieder lange umbleibt auf der... Weißt du, kann man wieder das Zerstören betonen, ne? Dann ist der Cooldown wieder nicht so groß. Ey, wo war denn das jetzt so? Hoppala. Ob und zu hakt das, ne? Ich weiß nicht warum. Ich muss mal nachschauen. Mhm. Jetzt ist alles ruhig. Elektronisches Gerät erkannt. Wo? Ah, hier. Jetzt? Warte, sie sind noch zu weit verteilt. Das wird so verdammt gut. Nicht, wenn sie uns vorher bemerken. Bleib mit dem Kopf unten. Sieh dir diese Idioten an. Keine Ahnung, was auf sie zukommt. Das ist ja gerade der Plan. Nimm den verfluchten Kopf runter. Wo wartest du? Die sind noch nicht mal bewaffnet. Das wird voll die vierte Pinata-Party. Wenn du Süßigkeiten erwartest, muss ich dich enttäuschen. Der Süßkram ist egal. Wirklich witzig ist, wie er überall rumfliegt, wenn man so richtig auf die Pinata eindrischt. Ich glaube, ich werde nicht enttäuscht sein. Sommersprausen entstehen ja berichtlich, wenn der Teufel scheiße trischt, ne? Hoppala. Ganks. Patz, patz. Gankshit. Wo ist er denn? Na. Tschüss. Ich nutz. Kommst du noch weiter? Nope. Ist schon geil, ne? Ach ja. Hoppala. Irgendwas passt nicht richtig mit der Einstellung noch. Muss ich noch optimieren. Agent braucht Verstärkung. Oh. Das Haus gewinnt. Das war's. Vielen Dank, dass die Mitgliedschaft hier haben. Seid für ein Massaker. Geht! Ich hab noch mehr in petto. Ja. In petto. Wo ist denn der andere? Ich seh' die Wichser nicht. Ich seh' schon. Hoppala. Hey Arschloch! Das war ein Schritt zu weit. Ja. Tschüss Ikowski. So, was haben wir das Schönes? So. Na, gerade nach, ne? Ja. Der Agent ist ein bisschen round gegangen, ne? Leider. Ah, das wird der Spaß mit dem Markus wieder mal zusammen zocken, ne? Letztes Mal haben wir bei Monster Hunter World gezockt. Oh, ja. Da kann ich mich erinnern. In der Beta, da ist er richtig abgegangen. War nicht so sexy. Und das da. Für gelber Rauch. Ah, gelber Rauch. Ja, genau. Da kann ich mir nicht. Ich habe keine意hmung. Oh, ich habe einen Wichter. Schnellbeatz. Oh, nein. Oh. Ich habe keinen Ort. Positionswechsel, ja ja, so ist das. So, was haben wir da eigentlich für Waffe? Hast du jetzt beruhigt? Positionswechsel? Oh, was ist das? Zack, bumm, blickt er schon. Sehr gut. Da ist was gewesen. Da war was, ne? Mhm, feuren. Äh, alles nehmen. Wollen wir mal gucken, Bekleidung, Shop, äh, Bekleidung. Wollen wir mal gucken, ob er was Neues kriegt. Eine neue Waffe. Ui. Ja. Ja. Wollen wir mal mit der Level 1 Waffe. Die macht er richtig Bums. Ja. Ja. Na ja. K. So. Jetzt haben wir wieder verdrückt. Und da runter. Oh ja, der geht gut. Nachladen. Jetzt ist das, die hat eigentlich noch weiter weg. Na, sind wir gleich da. Sehr gut. Da, 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 da. Zwei Kilometer noch. Nein, zweihundert Meter. Hört. Gegner unbekannt. Hoppala. Vor allem geht's wieder rund. Guck mal her. So. Ats. Haben wir's geschafft. Na, ist ja klar, wenn ich komm, ne? Da. Echo entdeckt. Echo entdeckt. Na. Wollen wir alles blintern da? Aktiviert. Ich muss zurück an die Arbeit. Danke für den Film, Annie. Klar doch, Tio. Kommst du zum Essen? Heute nicht. Ich treff mich mit Kumpels der National gerade. Die haben Angst, dass wir wegen der Quarantäne nach New York müssen. Okay. Es ist wirklich ernst. Das ist nichts. Erinnerst du dich an die Schweinegrippe? Reine Panikmache. Wirst schon sehen. In ein paar Monaten weiß niemand mehr, was die Dollargrippe überhaupt war. Wie bei Y2K. Y2K? Du hast es wirklich drauf, dass man sich alt fühlt. Ich mach doch nur Spaß. Aber ich weiß nicht. Das fühlt sich nicht so an, als würde es einfach verschwinden. Die Leute haben Angst. Und du weißt, was passiert, wenn die Leute Angst haben. Du machst dir zu viele Sorgen, Junge. Gib mir dein Hauptmoney. Hey. Zwingen uns nicht dir weh zu tun. Nein. Vergiss es. Du auch. Hättest es besser abgegeben, alter Mann. Hilfe. Kann wir helfen. Ruf den Notarzt. Wir brauchen Hilfe. Skinny John. Bitte. Und, und, und. Spider. Bei mir, Tio. Wo ist das jetzt? Okay. Ich spinne also. Okay. Das ist die Theatersiedlung. Hier hat Odessa Sawyer das sagen. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Hoppala. Da geht's entlang. Okay. Da drüben ist die Siedlung. Da ist Stufe 4, 8. Zum Entdecken. Ja. Kümmerpunkte. No. Schade. Oh ja. Hey. Was ist das? Achso. Jetzt bringe ich selber. Ach. Was? Ah. Mir ist klar, dass alle hungrig sind, aber die Pistall nicht. Das tun wir nicht. Es ist verboten, Nahrung aus dem Gemüsebeet zu entwenden. Jeder hat nur eine Chance. Wer die Regeln bricht, wird aus dem Theater verpasst. Okay. Warte, lass da weg. Okay. Wir schauen jetzt ein bisschen rum. Okay. Da geht's nicht lang. Okay. Hier ist euch. Servus. Übrigens, der Neige. Worte. Achja, ist das schön. Hoppala. Seufz. Ist das los immer? Mal schauen. Also mal holen wir mal. Ein Moment. Ja. Scheiße zu fressen. Sehr froh. Du hast was zum Essen. Alter. So. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Na. Ist ein bisschen heiß gelaufen. 60 Grad. Wir haben ein bisschen die Lüfte reingeschaltet. Mal schauen. Oh, der spürst aber schön. So. Was ist denn da jetzt los mit den Lags? Ja, furchtbar. Ja, das sieht. So, jetzt könnte ich Atom machen. Nein, das ist. So. Da war was zum Auslösen. Genau. Das sind diese Abkürzungen. Da war auch einer. Genau. Man muss sich erinnern. Der Peter. Nicht von Peter, sondern von der Peter. Was ist denn los jetzt? Verdammt. Ist ja furchtbar. Ich bin der Hip-Hop. Da. Ich bin der Hip-Hop. da gibt es hier was zum kaufen weil ich sehe nichts außer dach alles grün bei euch ist das brennnessel oder so wenn sie agent kälzer suchen sie ist gerade raus ich hätte mitgehen sollen aber ich würde sie nur aufhalten ich weiß dass ihre eigenen probleme haben aber diese verfluchten erinnerst nach mir mein kleines mädchen tut es mir gerade um mich zu kriegen und wenn sie mir helfen stehe ich in ihrer schuld und ich zahle meine schulden immer neuer einsatz ok was bringt das also da ist die taxung ich bin im hotel kein hinweis auf elenor ich treffe vorbereitungen während ich auf den neuen und setzen damit die theatersiedlung unter druck wir müssen sie unbeschadet da rausholen agent karl so ist bereits da wir versuchen die hyenas abzulenken damit sie ungesehen hinein können gemeinsam befreien sie dann die geisel die hyenas kennen sich hier aus aber einen angriff erwarten sie sicher nicht ich muss mal schauen was gibt es was ist da irgendwas an leistung ich weiß nicht was das ist für ich kann grafik aussehen kontrast frame rate begrenzung ein schatten qualität oder sieh an da ist der agent nebenALLY jetzt sollte man das ein bisschen runter tun, ne? 4 Massequalität, Koma Auflösende Himmelschings, aber nicht, nein F wie Frieden, so, Friedrich Hier drüben Agent Hallo Bist du uns? Mutti? Weiß und? Hallo? Was wollen sie? Schaut mal, es ist der Agent Stabilität, Kooperation, Solarität Na, da müssen wir noch Missionen machen Wer kommt denn da? Ich bin's Der T-Brei da So Ja, ja Da Wir sälen uns einmal ab Nach unten So Dann wieder bei die Essensausgabe Naja Bis oben wieder, ne? Na egal Wie meinst du das? So Keine Hilfe, der Mauswanderer ist aber So Wie schaut's aus mit der Karte am besten? Kein Hinweis auf Eleanor Aber wir gehen gerade raus, ne? Immer genug treffen Und wenn sie schwindelig ist oder sie sich erschaffen fühlen, dann ruhen sie sich aus Ist okay Das ist ein Du hast dich aus, Bambi Opa Ah Ah Da ist das Ich stehe Komm, dann Oh Oh So, machen wir es jetzt bald. Da war was, oder? So. Warum hakt das so komisch, oder? Das ist... Hm. Ja, was bist du? Waschbär. Warten Sie so, fahrt's. Ach, die Scheiße. Oh, oh. Da kommen die schon die Karspatter. Äh. Das war ein Karspatter. Es kam aus dem Gebäude. Es kam aus dem Gebäude. Es ist los, aber was war das? Woher soll ich das? Wir sind jetzt am Flüssen aus. Aber wer würde sich trauen, uns hier anzugreifen? Ja, es ist los. Die Verpackung aus. Die Verpackung aus. Eintreffende Verstärkung. Ausflug. Zähl da. Geht ein bisschen. Da. Da. Ich weiß nicht. Da. 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 Das ist nochmal das schönste gekr heartbreaking. Tod. applause Mann! Mann! Ja, genau. Achso. Wollen wir jetzt die Sachen kaufen? Hm. Nee. Wir haben die Mission fertig und dann passt's. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ein Angriff! Vielleicht ist es eine Ablenkung! Ja, schau mal. Der ist ja hell auf der Geisterbrück. So. Also. So, das Funksignal abgefangen. Ich gehe nach oben, zur Geisel! Alle Mannes Atrium! Mist. Der Saint ist hier. Wer ist hier? Wichtiger Hyena. Unangenehmer Typ. Wir müssen das Arschloch töten. Das After müssen wir töten. Warum denn? So. Park jetzt lang. Ja, oder? Und looten. Okay. Wir laden nach ist, ne? So. So. Jetzt ist er mal öffentlich. Cash in the Dash. Ja. Ja. Fischegurt. Wir müssen mal da lang. Glaub ich's gut. Mal die Lage checken. Okay. Ja. 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 1 1 1 2 3 3 Komm schon. Oh, die Scheiße. Oh, die Scheiße. Oh, das ist richtig hart, kacke. Ich schlage durch. So, da haben wir alles mit. Interagieren. Darf ich einmal? Ich hätte da jetzt sowas im Arsch gewesen, wenn der jetzt schießt auf mich, ne? Gerade nach. Gibt es da irgendwas interessantes für mich? Schade. Kein Cash in die Tasche. Die Glasflaschen herumkulern, ne? Gut gemacht. Open your mind. Hoppala. Da schaut noch Waffe aus. Oh yeah. Anlegen. Äh, nochmal. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ne. So. War ausgerüstet. Neue Handschuhe. Nächstes dabei. Neue Waffe. Neue Handschuhe. Hm. Woher ist die AK? Da. So geht das. Da. Die Kleidung. Ich habe da nichts Neues. Da. Opa na No sense Ich schütze es. Der zieht mich nicht so richtig. Der ist mir krampfig. Geht denn hin? Mit was? Weiter. Deppel hoch. Deppel hoch. So. Der ist am öklig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Geh mal davor. Okay. Nein, von den Lunern zu den drüben. Aboi. Softige medizinische Hilfe erforderlich. Ach du Scheiße. Kein Lebenszeichen bei Agent. Verstärkung rufen. Willst du neu starten? Na. Wir haben uns da in den Mangel genommen. So. Nochmal. Verstärkung rufen. Nein, nein, nein. So. Ist er los? Das ist. Wir haben keine Antwort vom Atrium. Dann könnte der Angelka Johnson unterwegs sein. Ja. 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 Ach du Scheiße. Ja. Ja, das ist ... ... okay ... ... okay ... 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 Was ist da her, oder? so mehr okay das haben wir gut gemacht irgendwer gibt immer mehr grafikkarten den kurzzeitigen speicher wird leer geht das nicht wir sind da durch ich habe einen haufen munition gefunden ich werde sie sprengen ich hoffe die mission ist gleich mal durch nein hoppala hoppala ist er doch der potenzer ja ist er debatt was geht denn da am bar auf zum schießen ach du scheiße das habt ihr davon hier dämlichen ruhen was ist denn auch nur radian kassel diese explosion war heftig ich hoffe ich habe kein asbest ein gar rücksicht auf mir in der manöre ja ja wasch der auf so so okay so was aggressives da 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 kein problem links und rechts es ist total verrückt Das ist ein Leif. Na. So weit safe. Na. Ich muss das gar nicht anders lösen das Spiel. Ja. Warte. Ja. Ja. Ich brauche Verstärkung. Ja. Almost jetzt. No. No. Oh. So. Oh, so. Macht sich scheiße. Schau weg. Wo kommt denn das her? Durch das Nest. So. Wo bist du weiter? Du und ich. Ja, wo bist du? Hä? Ich mache ein Spiel aus dir. Wo? 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 Was ist das? Was ist das? Wo? Wo ist das? Da. Lade nach. Und gar so irre aus. wieder? Ach so. Mit den Dings können wir schlagen. Okay. Mit der mittleren Taste. Hoppala. Du hast jetzt wieder gefangen. Ist nicht los mit dir. Tut das nicht gut, ne? So. Ich bin auf dem Dach. Warte auf der Verstärkung. Ich kann sie sehen, Kelso. Und den Saint? Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber da oben sind eine Menge Gegner. Nicht mehr lange. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und du? Ich bin ganz schön. Du bist so klein. Und du bist so klein. ja genau schießt durch durch die mauer du behinderter was ist denn er für arsch oder kann durch die mauer schießen ich bin auf dem dach warte auf verstärkung ich weiß nicht wie er aussieht aber da oben sind eine länge gegner nicht mehr lange kann man die ganze scheiße nochmal machen sie sind einer gruppe beigetreten ein weiterer agent ist jetzt in ihrer gruppe ankunft von verstärkung bestätigt die lage bin entspannt der kollegische leberlöw und los geht's noch was ansonsten was ist denn er herum? was ist denn da los? 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 Fertig gut! Ich komm schon. So, wo ist das? So, wo ist das? 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 So, wir müssen ein bisschen weiter gehen, ne? Oder auch nicht? Auch die Prinzessin? So, haben wir eine neue Waffe bekommen, ne? Okay, bessere AK, bessere AK, bessere AK, bessere AK. Na ja, naja. Dann sind wir, naja, naja, naja. Okay, naja, 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 naja. Why ist das, naja, 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 Oh, 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 oh. Was ist mit dir? Gib doch ein bisschen. So. Da kommt jemand. Okay. So. Die Gears ist schwer. So. Okay. So. 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 Er hat Neuigkeiten. Wir haben Eleanor. Geht es ihr gut? Ja, es geht ihr gut. Ich bringe sie nach Hause. Oh Gott. Okay. Haben wir die Ressour geschafft? Wow. Du von Stück. Was ist denn da los mit meinem Scheißrechner heute? Na ja. Ich glaube, jetzt gehen wir zu den Dings, ne? Der mischt richtig auf. Ich will bloß! Oh Gott! Mega. ich glaube wir sind hier fertig keinem tragbares elektronisches gerät erkannt wo sind die gefangenen ich hab sie nicht getötet das war die keine ahnung unterhalte ich kenne die namen von denen aber die waren wohl verdammt hungrig kaum hatten die blut gerochen war auch noch in einem zeit egal diesel wird nichts machen außer sich ein bisschen aufplustern Die Wurzeln können geröstet und zu Kaffee weiterverarbeitet werden. Das grüne Lieblingsbücher ist nicht möglich. Da haben wir das geschafft. Steuern. Aufi. Hopp. Nach oben. So. Zack. Jo, was geht? Hier werden wir Sachen verkaufen. Hier in Stufe 1. Weißt du, haben wir die? Spenden. Ja. Gespendet, gespendet. Ja. Ich denke, ich kann im Namen der ganzen Siedlung sagen, danke, dass wir unsere Eleanor zurückhaben. Bisschen Mucke? Das hier ist vielleicht nicht mein Lieblingssong, aber einer von denen wir eine Aufnahme haben. Bekaufen. Viel Spaß. Hi, Agent. Weiter, Song. Jo, jo. Hallo, ich bin in Naya. Ich helfe Ihnen in der Operationsbasis bei der Herstellung von Ausrüstung. Schön, Sie kennenzulernen. Mhm. Gut, ich nenne. So, Ferner. Justin. Justin. Noch mehr leere Batterien. Scheiße. Wer braucht davon Geld? Wenn unsere Geräte ausfallen, haben wir echte Probleme. Ja, ja. Ja, gehört. Wir haben jetzt endlich den Grill, der funktioniert. Und wer besser ist, hat auch automatisch bald schon bessere Laune. Mhm. Neue Einsätze. Okay. Ja. So. Zurück. Sie haben die Gruppe verlassen. Ich nicht. Ich wurde verlassen. Was ist mit dir? Cameron. Cameron. Sag was. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Oka-In-Aktivitäten, was? Na ja. Wir wollen ja die Quest abgeben, ne? Dass wir soweit vorbereitet sind. Verstanden. Dass wir gemütlich im Multiplayer spielen können. Ich und der Headshot. Agent fordert Verstärkung an. Warum? Wer, wer, wer fordert Verstärkung an? Hä? Warte mal. Äh. Na ja. Wenn wir da schon sind, ne? Dann sage ich Ciao. Baba. Morgen. Und zwar. Und wir sind Stufe 3. Geil. Hott rein. Sehen uns in den Livestreams.